jo servus leute und herzlich willkommen zum letzten tag heute wird kein video mehr kommen ich will euch einfach nur danke sagen euren support auch wenn jetzt mal zwei drei tage nicht so war aber passiert auch mal habe ich nichts dagegen und ja danke für euren ganzen support und was ich euch nur sagen will ist fröhliche weihnachten habt schöne feiertage mit eurer familie und lasst euch gut beschenken ich habe schon meine meine türchen hier öffnet noch die letzten 24 sind immer zwei sich runterfallen und ja wie immer sind auch autogramm karten drin hinten beim adventskalender wie gesagt fröhlich weihnachten ich habe vielleicht in den näherer zeit noch ein gewinnspiel vor wenn ihr das wollt dann schreibt unten in die kommentare dann werde ich es vielleicht irgendwann machen noch mal in näherer zeit noch ein gewinnspiel und ja ich sagen wenn euch das weihnachtsspecial gefallen hat dann sprengt mal den like button ich will euch mal richtig ausrasten sehen haut ihn kaputt und ja dann hätte ich sagen fröhliche weihnachten schöne feiertage und dann sehen wir uns beim best of von diesem weihnachtsspecial bis die tage haut rein und ciao